Musik Herzlich Willkommen liebe Zuschauer hier bei Dresden 1 TV bei unserer Sendung D-Punkt. Es geht um Dresden, es geht um Dresden und es geht um die Oberbürgermeisterin und Sie sehen uns auf einer roten Couch. Das ist in gewisser Weise symbolisch, weil wenn wir auf der roten Couch sitzen, dann geht es etwas mehr um die Person als um die Politik Dresdens. Und ich begrüße unsere Oberbürgermeisterin. Wir haben hiervor im Januar 2012 gesessen, wenn ich das recht erinnere, und haben uns damals unterhalten über das Jahr, das Sie als Auszeit genommen haben. Nun sind wir fast in zwei Drittel Ihrer Amtszeit durch und wir wollen ein wenig Revue passieren lassen, wie Sie das so erlebt haben. Sie haben damals gesagt, als wir uns hier unterhalten haben, Sie wollen vieles anders machen. Nach Ihrer Krankheit ist Ihnen das denn gelungen? Also das kann ich relativ kurz beantworten. Nicht alles ist mir gelungen. Aber wichtig ist ja, dass man Vorstellungen hat, wie man ein Stück weit runterkommen kann, wie man auf die neue Lage reagiert. Also einiges ist geschafft worden, dass ich meinen Arbeitsalltag später beginne. Das ist die einzige Chance, um ein Stück weit auch Zeit zu gewinnen. Und ansonsten gibt es schon auch Dinge, die mit den Mitarbeitern im Büro verabredet worden sind, die funktionieren. Die Bürgermeister sind auch netterweise bereit, den einen oder anderen Termin mehr zu übernehmen. Aber wie gesagt, alles in Gänze hat nicht funktioniert und ich glaube, das war auch ein bisschen zu viel Optimismus von mir. Bei einer öffentlichen Person, darf man das ja ruhig erwähnen, Sie sind im Mai diesen Jahres 60 Jahre alt geworden. Ich habe in der Sektion Zeitung gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie fühlen sich gar nicht so alt, wie Sie werden. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Also das spricht doch dafür, dass Sie ein bisschen Balance gefunden haben zwischen Privatleben, persönlicher Gesundheit und dem Amt. Ist das richtig? Ja, also ich habe mich eigentlich noch nie so alt empfunden, wie ich bin. Also das zieht sich durch mein Leben. Ich glaube, es kommt so auf die innere Einstellung an. Unabhängig davon ist man natürlich durch eine solche Erkrankung auch geprägt. Da gibt es einige Dinge, die auch inzwischen eine Rolle spielen. Die Kompensationsbreite ist etwas geringer geworden. Aber ich bin froh und mutes. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich habe wunderbares Familienleben, Freunde und ich glaube, das spielt dann auch bei der Einstellung der Arbeit eine große Rolle. Also wenn man mal die Auszeit rausrechnet, dann sind wir ungefähr jetzt in der Hälfte Ihrer Amtszeit. Sie sind 2008 im Juni gewählt worden und im Jahr 2015 stehen dann die Neuwahlen an zum Oberbürgermeister von Dresden. Eine Frage, die sich jetzt schon viele stellen, würden Sie noch mal antreten? Ja, dann antworte ich immer mit der gleichen Antwort. Das entscheide ich dann, wenn es zu entscheiden gilt. Im Moment sind es noch reichlich anderthalb Jahre. Aber es ist in der Tat so. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann muss die Entscheidung greif sein. Und das Bauchgefühl, also wenn die Entscheidung jetzt anstünde, würden Sie sagen, ja? Sie steht jetzt nicht an. Und deswegen stelle ich Sie mir jetzt nicht mit ein... Das erinnert an den Spruch von Biedenkopf, ich gehe über die Brücke, wenn ich hinkomme oder entscheide, ob ich darüber gehe. Aber was ganz interessant ist, ist, dass die meisten Dresdner wollen, dass sie noch mal antreten. Wir haben in unserer Meinungsumfrage in Dresden diese Frage ja gestellt. Und das ist ein fast unglaubliches Ergebnis. Es sind 75 Prozent die Dresdner, die sagen, Frau Auerhaus soll noch mal antreten als Oberbürgermeisterin. Und eigentlich das Witzige daran ist, es geht quer durch alle Parteien. Also selbst bei den Linken findet sich eine satte Mehrheit, also den Wählern der Linken, die das wünschen. Sind Sie so etwas wie eine überparteiliche Oberbürgermeisterin inzwischen geworden? Nein, also das kann ich natürlich am schlechtesten einschätzen. Aber ich bin natürlich erst mal sehr überrascht, positiv überrascht und freue mich, dass eine solche breite Meinung in der Bevölkerung besteht. Das ist natürlich auch ein Stück weit Akzeptanz der bisherigen Politik. Und wir Politiker wissen ja, dass damit relativ sparsam umgegangen wird mit Lob und Anerkennung. Umso mehr freue ich mich. Aber ich will natürlich auch ein Stück weiter schauen. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Gesamtentwicklung unserer Stadt eine enorme Entwicklung genommen hat, die dazu führt, dass auch der größte Teil der Bürgerschaft zufrieden ist. Zum einen nehmen ja alle teil an dieser hervorragenden Entwicklung. Also gilt eigentlich auch allen Bürgerinnen und Bürgern der Dank. Das heißt mit anderem, Sie heften sich das nicht ganz alleine ans Regier, sondern an der allgemeinen Entwicklung. Und diese doch gute Stimmung, die sich durch diesen Erfolgskurs entwickelt hat, die schlägt natürlich auch ein Stück weit über auf die Stadtverwaltung. Und da bin ich ja nicht nur die Einzige, die da zwar an der Spitze steht, aber ohne die vielen Engagements der Mitarbeiter wäre eine solche Entwicklung nicht möglich. Aber kurzum, es freut einen trotzdem. Hat sich eigentlich auch, wenn wir noch auf die Linken zurückkommen und selbst bei den Grünen, bei denen ist so ein bisschen lauwarm die Zustimmung, aber immer noch mehrheitlich, ja, sie soll wieder antreten. Geht es auch ein bisschen darauf zurück, dass Sie jetzt heute mit den Stadtratsmitgliedern, mit den Oppositionsparteien etwas, sagen wir mal konstruktiver, weniger konfrontativ umgehen als früher? Also ich denke schon, dass auch in den letzten Jahren sich die Zusammenarbeit ein Stück weit verändert hat. Man kennt sich näher, man weiß, welche Verantwortung man hat. Und vor allen Dingen auch in den letzten Monaten durch das Zusammengehen und Verantwortung für den jetzigen Doppelhaushalt zu übernehmen, ist man natürlich auch ein Stück weit näher zusammengerückt. Man hat erkannt, dass es nur gemeinsam geht, wenn man für die Stadt eine positive Entwicklung forcieren will. Und das verändert natürlich dann auch die Zusammenarbeit. Ich bin dankbar, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind. Und man sieht ja, dass sich dann auch die Geschäftsführung, aber natürlich das gemeinsame Engagement für Dresden verbessert. In einem Satz, was ist Ihr größter Erfolg in den letzten drei Jahren? Ja, das ist schwierig zu formulieren. Aber ich denke, es gibt mehrere Dinge. Also zum Beispiel die Investitionen, die Prioritätensetzung. Da haben wir ja ziemlich kämpfen müssen, damit wir die beiden Kulturprojekte auch mehrheitsfähig machen, die ja schon teilweise seit Jahrzehnten anstehen. Und wo es auch wichtig ist, das Thema Kulturmetropole Dresden für die Zukunft fit zu machen. Also Kraftwerk, Mitte und der Kulturpalast. Ich meine, die Philharmonie, ein weltbekanntes, hervorragendes Orchester mit einer Spielstätte, die sehr zu wünschen übrig ließ. Auch das ist geschafft worden, natürlich auch dank der Mehrheiten im Stadtrat. Und dass wir es immer wieder schaffen, die Schuldenfreiheit für unsere Stadt zu bewahren. Schaffen Sie das denn trotz Kulturpalast und Kraftwerkmittel? Ja, wir haben es geschafft. Das wird ja mit dem Haushalt... In der Finanzierung jetzt erstmal, in der Finanzierungsplanung. Meinen Sie, dass es am Ende auch schuldenfrei ausgehen wird? Ja, da bin ich ganz sicher, weil ja dankenswerterweise nach wie vor die Mehrheit der Bürgerschaft dieses Will, aber auch die Mehrheit des Stadtrates dafür steht. Und ich glaube, es haben inzwischen fast alle erkannt, dass das eine hervorragende Wettbewerbskonstellation ist, die wir uns erhalten müssen. Wir haben die Dresdner Bürger auch mal danach gefragt, ob man bei bestimmten Begriffen an sie denken kann oder nicht. Und da kommt als erstes raus, Menschenkette. Das heißt, 82 Prozent der Dresdner denken bei dem Namen Helmer auch aus an Menschenkette. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, das mag daran liegen, dass ich wenige Monate, nachdem ich im Amt war, ja dieses Thema aufgenommen habe. Es gab ja doch erhebliche Dissonanzen zwischen den Parteien, auch meiner eigenen Partei. Wie gehen wir mit dem Thema um? Und diese Etablierung der Arbeitsgruppe 13. Februar mit allen Fraktionen war ein erster Schritt in Richtung gemeinsames Vorgehen. Und dann die Gespräche haben gezeigt, dass der Wille bei allen Beteiligten da ist. Und das Thema über eine Menschenkette auch einen hohen Symbolwert zu erreichen, war also relativ übereinstimmend in dieser Arbeitsgruppe, auch mit Rücksprache den einzelnen Fraktionen und Initiativen in Dresden geglückt. Und ich denke, es ist nach wie vor heute ein ganz, ganz wichtiges Symbol, was nicht nur in Dresden wirkt, sondern über Dresden hinaus auch das Thema Versöhnung mitspiegelt. Und ich freue mich, dass die Bürgerschaft das so sieht. Und die Teilnahme, die jedes Jahr steigt, spricht ja für sich. Ja, es ist schon erstaunlich, dass es eben mit dem Namen der Oberbürgermeisterin so eng verbunden ist. An zweiter Stelle kommt übrigens Kita. Auch da fällt Ihnen sicher etwas Positives zu ein. Oder darüber freuen Sie sich, dass die Kita-Plätze in Dresden mit Ihrem Namen verbunden sind? Also ich habe ja mit dem Haushalt 13, 14 versucht zu überzeugen, aufgrund unserer wunderbaren Entwicklung, mehrfach Geburtenhauptstadt und so weiter und so weiter, die Chance zu nutzen, dem Stadtrat vorzuschlagen, dass wir die Prioritäten in unserem Haushalt auf die Bildung legen. Sowohl Kitas und Schulen, der Rechtsanspruch, Sie erinnern sich, für Unterdreijährige spielte da schon eine Rolle. Und vor allen Dingen die Schulen und Sporthallen, die wir dringend brauchen, zum einen zu sanieren, aber auch neu zu bauen aufgrund des Bevölkerungszuwachs. Das heißt natürlich, wenn ich eine Priorität im Haushalt setze, müssen andere Dinge zurückstehen. Deswegen war das nicht einfach, es war auch politisch umstritten. Aber ich bin heute noch dankbar und ich glaube auch der größte Teil des Stadtrates, dass wir es mehrheitlich geschafft haben, uns auf diese Position zu verständigen. Und diese fließt jetzt natürlich auch mittelfristig in den Haushalt weiter. Das wird getragen von der Bürgerschaft, das ist ganz eindeutig, dass eben einerseits das Sparen, das ist ganz wichtig den Dresdnern, dass wir keine Schulden machen und zum anderen eben die Investition, wenn, dann in erster Linie in Schulen und in Kita-Plätze. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ich habe Sie danach gefragt, was Sie als Ihren größten Erfolg so ansehen. Was ist denn der größte Fehler, den Sie gemacht haben in Ihrer bisherigen Amtszeit? Vielleicht fällt Ihnen keiner ein, aber das wäre ungewöhnlich. Dann stelle ich die Frage mal anders. Was würden denn Ihre politischen Gegner, die es ja trotz der Zustimmung über die Parteien hinweg gibt, was würden denn Ihre politischen Gegner als Ihren größten Fehler ansehen in Ihrer Amtszeit? Gut, also mir fehlt jetzt kein dominanter, großer Fehler ein, aber es ist natürlich klar, dass jeder Fehler macht, auch ich, in der Verwaltung, aber auch in der politischen Kommunikation. Und deswegen denke ich, wird hier und da die Auffassung unterschiedlich sein. Für die eine Gruppe in der Bevölkerung wird es möglicherweise dies sein, wo Sie das Gefühl hatten, dass Sie mit Ihrer Meinung nicht prioritär berücksichtigt worden sind, an der anderen Stelle jemand anderes. Ich habe für mich immer empfunden, vor einigen Jahren, dass ich etwas lockerer werden muss, gerade eben im Umgang mit dem Stadtrat. Es gibt ja immer wieder mehrere Auseinandersetzungen. Kann man, Entschuldigung, kann man sowas lernen oder ist das nicht eine Persönlichkeitsfrage? Das heißt, wenn man... Ja, man muss an sich arbeiten. Ich meine, es ist natürlich ganz normal, dass man bestimmte Dinge sich selbst zu Herzen nimmt, man sich auch zuschreibt, dass man möglicherweise diese Dinge provoziert hat. Aber ich glaube schon, dass man das lernen kann. Und ich habe zumindest den Eindruck, nachdem ich aus meiner Krankheitszeit gekommen bin, da haben sich ja auch viele Dinge abgespielt, für die man Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass es seitdem besser geworden ist. Lernen Sie das im stillen Kämmerlein oder gibt es ein gewisses Coaching? Lassen Sie sich da auch beraten, wie Sie Ihre Kommunikation steigen? Beides. Also zum einen muss man ja erstmal für sich selber klar werden und sagen, will ich diese Situation anders haben, dann muss ich auch die Einstellung dazu haben. Und zum anderen gibt es natürlich viele, viele Gesprächsmöglichkeiten, aber auch Fortbildungen, die man nutzt, die einem dann noch ein Stück weit auch das Offizielle für dieses Thema mitgeben, wo man sagt, man lernt auch von anderen. Ein Satz, was ist Ihr wichtigstes Vorhaben 2014? Ja, also ich würde es nicht auf eins begrenzen. Also wir haben natürlich viele Dinge. Wir müssen weiter unsere Investitionen planmäßig durchführen im Bereich der Bildung. Wir haben auf jeden Fall die Haushaltsvorbereitung für die Jahre 2015, 2016 und die werden natürlich zunehmend nicht einfacher. Wir wissen, dass wir 2019 die Solidarpackmittel verkraften müssen, weil wir sie nicht mehr bekommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon auch positionieren, wie wollen wir uns darauf einstellen, wie können wir es schaffen, den Haushalt trotzdem ohne Neuverschuldung zu gestalten. Also das wird ein neuer Trend der Argumentation. Ich hoffe da auch auf Verständnis. Aber wir haben natürlich wieder viele Investitionsvorhaben. Wir haben nächstes Jahr drei Wahlen. Auch das wird spannend. Kommunal, Landtag und Europawahlen. Das werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal besprechen. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Dresdnerinnen und Dresdner auch in den nächsten Jahren aktiv mitarbeiten. Es ist eine tolle Gemeinschaftsleistung, die wir hier in Dresden geschafft haben. Wir sind europaweit mit an der Spitze im Vergleich mit großen Städten. Wir sind bekannt, weltbekannt inzwischen. Also wir haben gute Erfolge. Dresden geht es gut. Ja, uns geht es. Die Oberbürgermeisterin geht es gut. Geht es auch wieder gut, genau. Offensichtlich wollen die Dresdner, dass sie noch eine Zeit lang im Amt bleibt. Wir werden uns vielleicht im nächsten Jahr wieder einmal hier auf der roten Couch treffen, damit es ein wenig persönlicher zugeht. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder im Jahr 2014. Für alle, die uns jetzt zugesehen haben, denen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Kommen Sie wieder zu Dresden 1 TV und zu D. Es geht um Dresden. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.